Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es gegen 12.50 Uhr in Kassel-Oberzweren zu einem Tötungsdelikt. Zunächst ging man davon aus, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte. Ein 33-jähriger Mann schleppte sich aus seiner Wohnung blutüberströmt in den Hausflur und machte seine Vermieterin auf sich aufmerksam, die dann offensichtlich auch die Rettungskräfte alarmierte. Wie sich der Mann die schweren Verletzungen letztendlich zugezogen hat, muss nun die Polizei klären. Also wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen und ermitteln auch in alle Richtungen. Das heißt, wir grenzen aber auch ein Tötungsdelikt nicht aus. Nach Angaben der Polizei lebte der Mann mit seiner 35-jährigen Lebensgefährtin zusammen in dem Haus. Nachbarn wissen, dass es schon oft Streitigkeiten gab und sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert wurden. Aber ich kenne die beiden. Erstmal die Frau und den Kerl da von hier. Die laufen immer hier hin und hier. Ich habe immer zu meinem Freund auch gesagt, das dauert nicht lange. Entweder versaufen die sich komplett oder einer steckt den anderen ab. Ja, es passiert halt immer wieder was in der Gegend und von daher. Es ist schon nicht ungefährlich hier. Inwieweit die Lebensgefährtin mit der Sache etwas zu tun hat, konnte uns die Polizei noch nicht mitteilen. Die Frau wurde stark angetrunken in einem nahegelegenen Rebemarkt angetroffen und wird derzeit von der Polizei vernommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017